So und damit einen wunderschönen Buongiorno Ladies und Gentle People. Ja, ich habe gesagt, ich werde mich zwischenzeitlich mal wieder melden. Und zwar, um euch auf den neuesten Stand zu bringen, was den Computer angeht. Damit ihr auch bald wieder von mir ein paar neuere Videos sehen könnt. Ja, also, wie ihr im Hintergrund seht... So, äh... Da so. Ich war bei Mediamarkt und habe dort meinen Rechner abgegeben. Ja... Lange Rede, kurzer Unsinn. Mediamarkt versucht dann über den Tisch zu ziehen. Also, die haben zu mir gesagt, es läge an der Grafikkarte. Wollten mir dann für 750 Euro eine neue Grafikkarte einbauen. Es hat sich als vollkommener Quatsch erwiesen. Diese Grafikkarte hätte nicht gebraucht. Ähm... Dann wollte man mir gleich einen neuen Rechner andrehen. Hm... Muss auch nicht sein. Denn ich habe in... Ich sag mal kompetente Hände meinen Rechner gegeben. Es wurde alles ausprobiert. Es wurde eine Grafikkarte eingesetzt. Es wurde ein neuer RAM-Speicher eingesetzt. BIOS wurde hoch und runter gefahren. Eine neue Batterie für BIOS wurde eingesetzt. Man hat alles probiert. Im Endeffekt haben wir rausbekommen, es liegt am Motherboard. Oder am Mainboard. Das ist im Endeffekt, sofern ich rausgekriegt habe, wesentlich günstiger. Wenn man jemanden hat, damit man an ein günstiges Motherboard rankommt. Das werde ich jetzt versuchen. Und sobald der Rechner wieder läuft, geht es weiter mit neuen Videos. Ja, wie gesagt, ich dachte, ich bringe euch mal auf den neuesten Stand. Und bis dahin sage ich hasta luego. Natürlich nicht vergessen. Anschauen, liken, abonnieren. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Euer Mitch. Von Tooth Creek.